Hallo, wir melden uns hier vom Sony-Messestand auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Wir haben mit Susanne Burgdorf von Sony gesprochen und haben sie gefragt, was denn das neue Sony Xperia Z und das Sony Xperia Z Tablet so alles kann und wo Sony im nächsten Jahr hin möchte. Wert auf Qualität legen, sich ein wassergeschütztes, staubgeschütztes Handy wünschen, das trotzdem in einem wunderschönen Design steckt. Ich durchaus auch mal im Regen telefonieren möchte und nicht im Regen stehen gelassen werden möchte von meinem Handy. Geschwindigkeit, Größe, Technik, aber ich schätze die Geschwindigkeit, LTE ist für mich das größte Thema gewesen. Musik Musik